Ein Virus legt den Erdball lahm, unwichtig wird so mancher Kram. Man weiß nicht, woher es kam, aber manch einer ist jetzt am dran. In Zeiten der Corona-Krise ist Abstand halten, die Devise. Keine Urlaubsfahrt, kein Konzertbesuch, stattdessen Gartenarbeit und ein gutes Buch. Es wird gejammert und geklagt, aber Kreativität ist angesagt. In Zeiten der Corona-Krise ist Abstand halten, die Devise. Wird sich die Welt verändern, franzt sie aus an den Rändern oder rauscht Wasser wie immer durch den Fluss? Hoffentlich gibt es Zusammenhalt, statt Gewalt und Überdruss. In Zeiten der Corona-Krise ist Abstand halten, die Devise. Virologen melden sich zu Wort, im TV häufiger zu sehen als Sport. Expertenwissen ist gefragt, die Zukunft wird erstmal vertagt. In Zeiten der Corona-Krise ist durchhalten, jetzt die Devise. In Zeiten der Corona-Krise ist durchhalten, jetzt die Devise. Corona-Krise ist durchhalten, jetzt die Corona-Krise ist durchhalten, jetzt die Corona-Krise.